Was sind denn die Nächsten? Hier ist nichts. Ich glaube, ich spiele heute nur noch bis zum Auto. Also, ähm, bis sie das Auto haben und weitergefahren sind. In dem neuen Gebiet werde ich dann für heute erstmal Schluss machen. Hey, Boxer ist daneben. Ach, verdammt. Wieso kam das hier zu unerwartet für mich? Nimm doch mal eine coole Waffe hier. Wo denn da hinten? Mach doch mal dein Gedöns hier. Die kam ja wie aus dem Nichts. Wieso habe ich dir die nicht gesehen? Äh, ich kann doch nie worauf. Schau doch mal her! Aber wie kann man so in der Entfernung daneben schießen? Gibt's doch gar nicht! Ja! Das war einfacher als gedacht. Sie müssen woanders stecken. Wir sollten nichts riskieren. Wie kommen wir rein? Ich meine, ich habe doch hier diesen Rundumblick gemacht. Warum habe ich die denn nicht gesehen? Das mag ich auch an Spielen nicht. Wenn man irgendeine Art von Möglichkeit hat, hier diesen hier zu machen. Und, ja, und einzig und allein wegen des Überraschungseffekts geht das dann irgendwie nicht. Da bin ich kein Fan von. Man macht den Witcher-Blick oder was auch immer. Meint, da ist nichts und dann ist doch was da. Wegen der Spannung. Dafür, dass die Spiegelungen gefakt sind, sehen die ganz gut aus. Alles okay. Wir müssen nur zur Motorhaube kommen. Hm. Vielleicht sehe ich das ja nur so. Würde ich nur die Leiter hier wieder hochnehmen? Ja, vielleicht verlassen die sich jetzt darauf, dass die Klicker so doof sind, dass sie die Leiter nicht benutzen können. Jetzt will ich aber irgendwelchen Gegnermassen hier nicht wieder so überraschend gegenüberstehen. Bin ich jetzt wieder zurückgegangen? Ach Gott, Gütiger. Darin bin ich so gut. Ich wundere mich schon mal, warum steht da wieder die Leiter? Hilfe. Muss ich nochmal den anwählen? Wegen Blödheit. Das ist eh gescriptet, deswegen gehe ich mir einfach hier schon mal zum Fenster. Naja, so kann ich wohl noch nicht. Du sollst da durchgehen. Das ist eh gesucht. Das ist eh gesucht. Geh in den wait. Ich will jetzt beeilen dich. Es ist mir egal. Bist du jetzt so weit? Was? Es ist leer, verdammt! Will, wohin? Bill, wohin? Erstmal weg hier! Wir müssen rausgehen. Komm mit! Wir erschleichen uns hinten raus. Die falten aber aus. Ich habe keine Bombe. Ach, Mann. Da habe ich jetzt überhaupt gar nicht drauf geachtet. Ich brauche eine geile Waffe hier. Kann ich den gar nichts ausrüsten? Fuck. Habe ich denn keine geile Schrotflinte? Und ich brauche jetzt eine gute Waffe. Was ist das? Jagdgewehr? Ist das die Shotgun? Die haben überraschend viel ausgehalten. Das gibt es ja gar nicht. Hast du den bald fertig? Das war... Mann, diese verdammten Klicker, die verpacken aber auch viel. Ich wollte gerade im Eifer des Gefechts ein bisschen zurückweichen, um einen Molotow-Cocktail oder sowas auszurüsten. Aber das hatte ich alles nicht. Wohl die Preise, die die Schule hier gewonnen hat. American Football Preise. Alles den Bach hinunter. Voll. Ich will doch nur gucken, ob hier irgendwas ist. Kann ich auch kein Schließfach öffnen? Den weiß ich ja nie. Da ist auch nichts. Da ist auch nichts. Da kann ich auch reingehen. Nein, bitte hau ab, Späcki. Na, lauf. Ich brauche hier auch noch Hilfe. Darf ich mich ja zwischendurch auch mal selber wieder heilen? So, geheilt. Oh, ein Skelett. Voll? Ich habe mich doch gerade geheilt. Wie kann das denn voll sein? Das Medi-Pack. Normalerweise würde man auch denken, wenn man ein Medi-Pack verwendet, dann kann man eins wieder aufnehmen. Oh, jetzt ist die Minie mal hochgegangen. Bisschen spät, aber besser spät als nie. Auch tischsparende Stühle für die Schule. Für die Preise hier. Das Schöne an diesem Spiel ist, finde ich, wenn man hier neu startet, also wenn es einen erwischt hat, die auch wieder alles Pokale von dieser Schule. Alles bedeutungslos. Alles bedeutungslos. Schon wieder? Lass uns besonders lautlos zur Sache gehen. Ja, ja, ja. Mach hin da mit der Cut-Zieh. Cut-Ziehende. So, ich muss erstmal... Hallo. Ach, das ist ja dieses Mal kann nichts machen. Warterei. Kann ich hier etwas bauen? Verdammte Axt! Das Arschloch! Kann sich gar nicht umwie... Was macht der da? Muss ich wieder laufen? ... ... ... Was ist das? Verdammte Axt, verdammte Axt, verdammte Axt. Weiter. Mann, diese... Wichs geht da noch drumherum. Weiter, weiter, weg, 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 weg. Nachladen for the win. Muss ich ihm jetzt auch noch den Arsch retten? Es reicht, wenn ich mir den Arsch retten muss. Mann, das kann doch nicht wahr sein. Also langsam wird es wieder lästig. Mit L und X, das ist doch nicht wahr. Jetzt muss ich dem andauernd den Arsch retten in diesem Penner. Verdammt. Ich will wenigstens Bombe bauen können. Das gibt's doch gewisschen, genau schmeißt der win. Was kommt ja diese Wichser, sind weg da. Sei fällig da. Kurze, schnell ich spiele. Verdammt. Das dauert alles zu lange. Das Problem ist dann immer, das ist dann nicht dieser starke Gegner das Problem, sondern die anderen Scheiß-Gegner. Ich hinko eine Waffe am Start. Die sind das Problem. Jetzt musst du erst mal nachladen for the win. Es wird aber langsam wieder lästig. Ähm. Weg! Dammte Axt. Verdammte Axt again. Man pumpt die Waffen leer an einem Gegner. Weg! Nehmen sie Abstand, nehmen sie Abstand. Da, diese Nachleiter. Kannst du die ganze Trommel füllen? Mann, dieser Wichser. Sorry. Das ist doch so. Das war ein Arschloch. Verdammt. Ich muss looten. Ich kann das ganze Spiel nicht mit dem gleichen Energie-Content hier, oder was sie das nennt, machen. Mann, hier wären natürlich... Ja, hier wieder. Hier bitte Dreieck. Okay, gehen wir, lauter. Okay. Los geht's. Gut, kommt, John, kommt.